So, was hat es denn jetzt eigentlich mit diesem DNS-Server auf sich, den ich hier in dieser Konfiguration auch noch habe? Wenn man sich die Konfiguration von dem E-Mail-Programm anschaut, dann steht hier bei dem POP3 und bei dem SMTP-Server die IP-Adresse drin. Normalerweise ist es aber so wie bei einer Webseite, dass hier praktisch eine URL entsprechend eingerichtet ist. So, und dazu brauchen wir unseren DNS-Server. Hier brauchen wir auch wieder eine Software, nämlich unseren DNS-Server. Und den starten wir jetzt erstmal. So, und hier wissen wir schon, hier ist schon was angelegt, können wir aber entfernen und sagen... Wir fügen eine URL hinzu, also mail.philius.de und der Mail-Server hatte die IP-Adresse 12. Und sagen hier hinzufügen. So, und jetzt können wir nämlich diese mail.philius.de, die können wir jetzt in den E-Mail-Programm hinterlegen. Also, das heißt, mail.philius.philius.de, das müssen wir richtig schreiben, sonst geht es nicht. Das sagen wir speichern. Das machen wir auch bei Alice gleich. Also, statt die IP-Adresse speichern. So, und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Also, nochmal eine E-Mail-Adresse schreiben an Alice.philius.de. Ja, Hammer. Jetzt machen wir es ganz einfach. Test, Test und schauen, ob das Ganze rausgeht. Könnte nicht bestimmt werden, weil da fehlt jetzt noch was. Und zwar, der DNS-Server hat die 0.13. Und wenn wir uns ein paar Videos vorher erinnern, braucht der Client natürlich auch die Adresse von dem DNS-Server. Also, hier müssen wir nochmal in den Entwickler-Modus rein. Und hier haben wir den DNS-Server. Und da brauchen wir jetzt die IP-Adresse von dem DNS-Server. Also, die tragen wir hier ein. Auch hier tragen wir den ein. Und beim E-Mail-Programm tragen wir es auch mal ein. So, und jetzt schauen wir uns das nochmal an mit der E-Mail. Die ist jetzt natürlich weg. Also, probieren wir es nochmal. Alice at philius.de. So, nochmal Test. Test. Dann sagen wir es senden. Und das schaut ganz gut aus. Es leuchtet alles grün. Alle Rechner sind angesprochen. Und diese E-Mail, die müsste eigentlich durchgehen. Genau. Jetzt aber... Danke. Ciao.